Also doch, intramuskuläre Injektion bei AfD-Vorsitzendem Gruppala festgestellt. Nach einer eingehenden Untersuchung wurde beim AfD-Vorsitzenden Tino Gruppala eine intramuskuläre Injektion von Ärzten diagnostiziert. Dies ergibt sich aus dem vorliegenden Arztbrief der Klinik, in dem auch von einer unklaren Substanz die Rede ist. Die Ärzte des Klinikums in Goldstadt haben festgestellt, dass Tino Gruppala eine intramuskuläre Injektion erhalten hat. Dies wird durch den Abschlussbericht bestätigt, der aus dem vorläufigen Arztbrief hervorgeht. Diese Diagnose scheint die Vermutung zu bestätigen, dass der Politiker bei der Wahlkampfveranstaltung am Mittwoch tatsächlich täglich angegriffen wurde. Die Staatsanwaltschaft in Goldstadt hatte zunächst erklärt, es legen keinerlei Erkenntnisse vor, dass Herr Gruppala angegangen oder angegriffen wurde. Der Einstich erfolgte im Oberarm von Gruppala. Die Ärzte bezeichnen die Verletzung nach der Untersuchung auch als Nadelstichverletzung, die im Delta-Muskel festgestellt wurde. Dieser Muskel, der das Schultergelenk stabilisiert, wurde demnach von den Tätern im Oberarm des AfD-Vorsitzenden gestochen. Die Diagnose enthält auch Beschwerden wie Schwindel, Übelkeit, Brechreiz und Kopfschmerzen, begleitet von einem präkollektischen Ereignis nach einer unklaren Intoxikation, wobei Intoxikation auf eine Vergiftung hinweist. Im Dokument heißt es wörtlich, Herr Gruppala wurde am 4. Oktober 2023 nach einer intramuskulären Injektion mit einer unklaren Substanz zur weiteren Überwachung auf unserer internistische Intensivstation aufgenommen. Bislang wurden bei den toxikologischen Untersuchungen im Krankenhaus keine Substanzen nachgewiesen. Eine erweiterte toxikologische Untersuchung, die vom Bundeskriminalamt, BKA, veranlasst wurde, steht noch aus. Die Ärzte stellten bei Gruppala auch einen kompletten Rechtsschenkelblock fest, was auf eine Störung der Erregungsleitung im Herzen hinweist. Ob dies durch die Injektion ausgelöst wurde, ist derzeit unklar. Wir wünschen Herrn Gruppala eine rasche Genesung und hoffen darauf, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Gruppala hat eine Gewebeprobe entnehmen lassen, um weitere Erkenntnisse über die verabreichte Substanz zu erhalten. Herzlichst, euer Samariter